Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Aufwachen hoch mit euch und raus da anzunehmen bei Primula im Ardenwald an dieser Position. Diese Quest sollte es geben nachdem ihr mit der Hauptgeschichte dieses Gebiet erreicht habt. Nehmt hier die Quest mal an und nun soll man unterworfene Ferien helfen. Falls ihr weitere Fragen habt zu Vorquest oder Folgequest schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt in denen ich komplette Questwein am Stück aufgenommen habe. Unterwandlung zum Erfolg Besucher des Ardenwalds, da gehört auch diese Quest hin. Außerdem habe ich in den entsprechenden Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quest angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest springen oder zum gesuchten Unterwerffolge. Da in der Mitte ist hier auch noch eine Fee, ja unterworfen eine Fee und da hinten habe ich auch noch eine gesehen. Ja jetzt ist der Mob hier geredet, egal. So jetzt habe ich 4 von 10. Und dann zeige ich euch noch, wo es Feen gibt, weil hier am Boden glaube ich habe ich alle. Ah perfekt. Unterwandlung seht ihr hier in diesem Gebiet solche Körbe mit verzauberten Schwingern. Die darf man benutzen und dann kann man mit Doppelpunkt, äh Doppelsprung fliegen. Sehr praktisch. Hier ist auch noch so eine Fee, die befreie ich auch. Das Ganze ist auf dem Beta-Server, aber ich denke mal das wird so bleiben. Ich habe noch mal den Buff, weil hier noch sein Korb ist. Der geht ja nur 2 Minuten. Und dann kann man hier hoch fliegen. Also man kann hier hoch auch laufen, ganz normal. Aber fliegen geht wesentlich schneller. Und hier ist meine 6. Fee, die ich befreien tue. Und fliegen, wie gesagt Doppelsprung. Man kann einen Haufen Mobs ausweichern. So, jetzt suche ich noch Feen. Da ist noch eine. Und hier kann ich wieder mein Fliegen-Buff erneuern. Wunder, toll. Ah, ich habe noch nicht die Feen befreit. So, 7 von 10. Fliegen mal weiter. Da ist noch eine. Und hier, wenn ihr es noch mal, nicht vergessen euren Feensägen zu erneuern, weil der kann auslaufen, auch wenn ihr hoch in der Luft seid. Und dann könntet ihr sterben, wenn ihr hinunterfallt. Je nachdem aus welcher Höhe. So, hier sind noch Feen. Ah, okay. Oh, hier sind einige Horvloft. Beziehungsweise ein Hexenmeister. So, ich brauche jetzt noch eine Feen. Ah, so. Man kann nicht fliegen, wenn man im Kampf verwickelt ist. Okay. Aha, jetzt geht's. Gut. So. Die Quest ist dann abzugeben bei Primula. Im Avdenwald. In diesem Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wie weit sie euch nachfliegt. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonniertknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch viel Erfolg und einen schönen Tag. It's okay. Ende.